Jetzt mache ich noch mal ein Video vom Strand. Ich bin hier unterhalb, also im Aufgangs-Tourismus, da hinten. Jetzt kann man die Windräder wieder sehr, sehr schön sehen. Von Schleswig-Holstein. Es ist weiterhin nichts los. Hier vorne schön zu sehen der typische Mülleimer inzwischen. Bitte rechts gehen, gesund bleiben. 2 Meter Abstand. Nach vorne, nach hinten, zur Seite. Wir haben schönen Sonnenschein heute, aber es ist eisig kalt. Es gibt immerhin ein bisschen was zu essen. Krebs, Apfelpunsch, heißer Kakao. Einen Stand gibt es. So ist es heute. Was haben wir heute? Der 15. vielleicht? 15. Januar? So um den Dreh. Okay. Ja, auch Neuwerk. Ist doch recht gut zu sehen. Hier die Wattwagen, der Wattwagenweg. Die Barke. Genieße es einfach ein bisschen wieder mal. Kuxhaven zu haben, wenn du das möchtest. und wenn du willst, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und dann immer die neuen Videos bekommst, die ich jetzt regelmäßig hochlade. Sozusagen ein bisschen Urlaubsflair für die, die im Winter sowieso nicht in Cuxhaven wären, es ist nämlich wirklich eisig kalt hier. Aber eben vielleicht auch vermissen, kann ich gut verstehen. Ihr wart, sind Säbelschnäppler. Okay, in diesem Sinne, hab einen schönen Tag und genießt das nächste Video. Viel Spaß dabei! Tschüss! 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 Tschüss!